es ist mega warm ohne thermo sonst würde man hier eingehen man fühlt sich fast wie in dubai ich glaube heute habe ich einen sonnenbrand und ja wir laufen jetzt noch also ich laufe noch zehn minuten hoch Tommy ist da hinten und dann gönnen wir uns eine richtig geile Abfahrt mit richtig geilem Powder im Schattenhang im Sonnenhang gibt es leider nichts mehr zu holen aber es wird richtig geil und ich würde sagen bis gleich ja 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 wir sind jetzt gerade eine richtig nice Abfahrt da runter gefahren da bis da unten hin haben jetzt wieder angefällt um bis ganz nach oben zu laufen und hier ist richtig richtig nicer Powder den man richtig geil wegschreden kann jetzt müssen wir vielleicht noch eine Stunde hochlaufen und dann gönnen wir uns nochmal eine richtig nice Abfahrt und dann geht es auch schon nach Hause das ist echt schön ja ja johann ja johann 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 ja Leute, der Trip ging nach hinten los der Lift hat zu und wir kommen hier nicht mehr weg bruh